Das Studium teilt sich grob in zwei Hälften. Die ersten drei Jahre bestehen immer aus Modulen, neun Wochen fächerübergreifendes Lernen mit Praxisanteil, klinischen und grundlagenwissenschaftlichen Anteilen und einer Woche Praktikum. Das Praktikum findet entweder in Allgemeinarztpraxen statt oder es ist ein Wahlpraktikum oder gehört zum Forschungspfad. Das vierte Jahr beinhaltet dann sowohl Propädeutigzeiten als auch klinische Blockpraktika an den Oldenburger Kliniken. Das fünfte Jahr hat dann noch mehr Praktika, dann beginnt das PJ und ganz zum Schluss haben wir nochmal eine 20-wöchige Forschungsarbeit und das Studium endet dann mit dem zweiten Staatsexamen hier in Oldenburg. Ja, also uns ist es ganz wichtig, damit die Studierenden das Wissen später auch auf ihrer Arbeit besonders gut anwenden können, dass wir nicht nur disziplinübergreifend und fächerübergreifend unterrichten, sondern dass wir auch möglichst viel Praxis- und Realitätsbezug herstellen im Praktikum. Und deswegen gibt es von Anfang an zum Beispiel sogenannte Patientenvorlesungen. Das heißt, jede Woche beginnt damit, dass in einer Patientenvorlesung ein Patient oder eine Patientin vorgestellt wird. Dazu gibt es zunächst eine theoretische Einführung vom Dozenten, der in das Krankheitsbild einführt. Und dann dürfen die Studenten auch selbst den Patienten befragen. Das heißt, sie dürfen ihre eigenen Fragen stellen. Sie kriegen aber eben auch etwas mit über den gesamten Prozess von der Anamnese über die Diagnostik und Therapie bis nachher auch zu solchen Fragen, wie ist die Lebensqualität des Patienten. Ja, man lernt am besten aus der Erfahrung. Das heißt, unsere Studierenden müssen ein Jahr ihre Studiums an der Partner-Universität in Groningen verbringen. Wie sie das aufteilen, ist relativ freigestellt, aber sie müssen das Jahr rübergehen und können dann natürlich dort ganz unmittelbar die Erfahrungen mit dem dortigen Gesundheitssystem sammeln und auch ihre Erfahrungen und ihren Horizont, den sie dort haben, wieder mitbringen. Und umgekehrt ist es auch so, dass Groninger Studenten nach Oldenburg hier in die Kliniken kommen werden und hier mit unserem Gesundheitssystem sich auseinandersetzen und dadurch eben einen sehr guten Austausch und Erfahrung möglich ist. Also die Studienzeit ist bei uns tatsächlich deutlich länger mit 40 Wochen im Vergleich zu 28 bis 30 Wochen an anderen Universitäten. Es ist aber so, dass bei uns die Wochen nicht mit so vielen Pflichtveranstaltungen gefüllt sind. Das heißt, die Studierenden haben auch eine gewisse Wahlfreiheit, welche Veranstaltung sie besuchen möchten. Und es führt auch dazu, dass sie mehr Zeit für Selbststudium und fürs Lernen überhaupt haben. Was auch dazu kommt, ist, dass wir studienbegleitend prüfen. Das heißt, es gibt nicht diese großen Semesterabschlussprüfungen. Und auch das verteilt zumindest den Lerndruck etwas mehr. Das heißt, die Studierenden haben einerseits mehr Freiheiten, müssen aber auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung für ihren Lernprozess mitbringen, bekommen aber dann auch ein Studium, in dem eben interdisziplinär und sehr viel Praxis näher als sonst unterrichtet wird.